Hallo meine Lieben! Ja, heute gibt es ein Fashion Video. Ich war gestern und heute Morgen shoppen mit meiner Mama und habe mir ganz viele schöne Sachen gekauft. Habe mir gedacht, ich zeige es euch, weil es sehr aktuell ist und ihr es auch kaufen könnt, wenn es euch gefällt oder ja, keine Ahnung. Und viele haben ja gesagt, ich soll mal ein Fashion Video machen. Ja, und ich habe ein paar außergewöhnliche Sachen gekauft, in dem Sinne, weil ich, also ihr wisst, ich trage sehr gerne Grau und Weiß und ich habe gedacht, ich brauche jetzt mal was Farbenfrohes und keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe zwar viele farbige Sachen, aber die trage ich irgendwie gar nicht so oft und da habe ich gedacht, ich schaue mal rum. Auf jeden Fall habe ich mir dieses schöne, süße Kleidchen gekauft bei Colosseum. Und das hat mir so sehr gefallen. Ich habe das für 10 Euro gekauft. Also das sieht so aus. Ich konnte das jetzt schlecht am Spiegel filmen. Ich habe es jetzt mit Leggings an. Also das sieht so aus. Mit so einem kleinen Bändchen hier. Das kann man hinten zusammenbinden. Und ja, ihr könnt, ich glaube, es sieht auch sehr, sehr schön aus mit einem Gürtel oder so. Sieht bestimmt toll aus. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Also das habe ich mir für 10 Euro gekauft bei Colosseum. Die gibt es da noch bestimmt schon, also haufenweise. Und da gibt es so viele, also so viele schöne Sachen. Gerade diese Kleidchen, die gibt es in allen Farben. Also wirklich in Pastellfarben sogar sehr, sehr viele. So hellrosa, blau und keine Ahnung. Wirklich gemischt in. Meine Mama, die hat sich auch so eins geholt. Aber so ein kariertes. Und das hat so ein Gürtel. Also bei mir war jetzt kein Gürtel dabei. Aber der hier, das hat noch so einen superschönen Gürtel. Das hat sich meine Mama geholt. Und ja, das ist ein bisschen retuschierender. In dunkler Farbe. Aber ich glaube, meins ist auch ganz gut. Ja, dann habe ich mir bei Colosseum noch zwei Sachen geholt. Ich zeige euch gleich was. Und zwar was ganz, ganz Süßes. Ich weiß nicht. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von aufgedruckten T-Shirts oder Tops oder keine Ahnung mit irgendwelchen Bildern oder so. Aber das hat mir so sehr gefallen. Schaut euch den an. So süß. Diese kleine Glubschigiraffe. Das hat mir so sehr gefallen. Ich habe es jetzt in so einem knalligen, schönen Pink genommen. Und das ist ein, also ein langes Top. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob man das mit Leggings auch tragen kann. Aber ich glaube schon. Es ist schon sehr lang. Auf jeden Fall. Also ich finde bestimmt was, mit was ich es tragen kann. Das hat, glaube ich, 5,99 Euro gekostet. Die haben 10 gekostet. Also 10 Euro. Dann habe ich noch so ein T-Shirt gehört bei Colosseum. Da ist vorne so ein Stand und es gibt in allen Farben T-Shirts für 3,99 Euro. Also wirklich sehr schöne. Und ich habe mir das hier geholt. Ich glaube, die Farbe steht mir auch eigentlich recht gut. Und ja, es ist so ein Türkis-Blau-Grün. Ich finde das so schön. Und der Ausschnitt. Also ich habe es mir, ich habe es in der Umkleide anprobiert. Wow. Echt hammergeil. Es hat 3,99 Euro gekostet. Meine Mama hat sich auch so ein dunkle Lila an das, glaube ich, geholt. Und meine Schwester hat sich auch davon welche geholt. Also einfaches T-Shirt halt für Arbeit. Keine Ahnung. Und auch so. Dann habe ich mir bei Madonna einen Top geholt. Auch so ein langes. Das sieht so aus. Wartet mal. So sieht das aus. Also ein ganz normales Top. Es ist halt auch recht lang. Und ich weiß auch nicht, ob man das zu Leggings glaubt. Ich kann man das auch tragen. Ich habe jetzt nicht alle direkt mit Leggings anprobiert von der Länge her. Aber ja, das hat mir auch so gefallen, die Farbe. Ihr wisst, ich liebe Grau. Und ich habe eigentlich fast nur hellgraue Sachen. Und das ist so ein dunkles, kräftiges Anthrazitgrau, sage ich mal. Also das finde ich auch ganz schön. Das war reduziert 5 Euro bei Madonna. Und dann habe ich mir so Flip-Flop-Sandalen oder ich weiß nicht genau, Sandalen eher. Die habe ich mir geholt. Wartest du, ich zeige es euch. Alles. Die sehen so geil aus. Meine Mom fand die auch total cool. Also damit so C durchstecken. Und wartet mal. Hier ist so ein Verschluss mit so einem, also mit einem großen. Die habe ich bei Cons geholt. Bei uns, ich weiß nicht, wie verbreitet Cons ist. Also bei uns im Blauteilscenter ist Cons. Und die habe ich mir für 15 Euro geholt. Die gab es in allen Farben. In schwarz, weiß, braun, grau. So ein korallmäßiger Ton. Aber der Koralle, der war zu hell. Der sah so Hauptfarben fast aus. Das war so ein richtig helles, koralliges, rosa. Auf jeden Fall, die fand ich so schön. Meine Mutter fand die auch total cool, weil die eben auch hier so, ähm, ja, so. Geh. Oh man, ich habe wieder mal meine Sprache. Ja, passt schon, weil die geflochten sind. Ja, das fand ich halt so toll. Ja, und das war mein kleines Fashion Video. Ich weiß, ich habe eigentlich jetzt nichts so Besonderes daraus gemacht. Aber vielleicht war für euch was dabei. Wartet, ich habe noch was vergessen. Und zwar habe ich noch was total Geiles geholt. Nochmal so ein long Top-T-Shirt-Kleid. Das sieht so aus. Wirklich total, total schön. Und da steht drauf, Glam Rock oder irgendwie sowas. Das fand ich so toll. Wisst ihr, wo ich das gekauft habe? Bei Kik. Ja, ich habe mal wieder bei Kik einkauft. Geil. Oder ich und meine Mama haben uns dasselbe geholt. Das gab es noch in weiß-grau und das hier. Und das fand ich so cool, vor allem mit dem Stern hier. Und das kam bestimmt, das habe ich mit Leggings angeboten. Das sieht total geil aus. Das hat 7,99 Euro gekostet, glaube ich. Und, ähm, ja, das war jetzt mein Fashion Video. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ich wollte es am Spiegel drehen, aber irgendwie hat man da nicht so viel gesehen. Und habe ich gedacht, mache ich so. Und ja, genau was ich noch sagen wollte, bevor ich es vergesse. Pina, die arme, süße Pina. Du armes Ding, du. Pinas Kanal wurde gesperrt. Also, falls, bestimmt viele kennen Pina von meinen Abonnenten, glaube ich auch. Pinas Kanal wurde gesperrt. Sie hat jetzt einen neuen Kanal. Ich weiß nicht, warum er gesperrt wurde. Keine Ahnung. Äh, sie weiß es wirklich auch nicht. Auf jeden Fall, ich habe sie unten bei mir nochmal verlinkt. Wie heißt sie nochmal? Beauty Punch heißt sie jetzt, glaube ich. Ja, schaut bei mir unten auf jeden Fall. Und ich blende euch hier den Kanal ein. Weil ihr Kanal wurde gesperrt. Sie hat jetzt einen neuen. Und da macht sie weiter. Also nicht, dass ihr euch gewundert habt. Und ja, und auf jeden Fall gibt es wieder BlogTV. Wann machen wir BlogTV? Ich glaube, am Donnerstag mache ich dann BlogTV um 20 Uhr wieder. Nein, machen wir früher um 19 Uhr. Also am Donnerstag um 19 Uhr gibt es BlogTV. Was ist das für ein Datum? Ich weiß jetzt nicht genau. Was ist mein Handy? Ich blende es dann irgendwie ein. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr hattet Spaß. Und ja, ich freue mich über Kommentare, über Däumchen. Und alles.